Loch 9, A3, Eticap 15. Der höchste Punkt des Platzes. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Grün zu erreichen. Entweder Carry mit einem mittleren Eisen oder entspannt untergeschossert über das wellige Fairway. Aber Vorsicht, hinter dem Grün geht es steil bergab und es kommt sofort die Ausgrenze ins Spiel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017